Ich rufe Tagesordnungspunkt 30 auf, Antrag der Fraktion der SPD-Fraktion 2010-94. Erster Redner ist der Kollege Degen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich stelle fest, die SPD-Fraktion setzt vielfältige bildungspolitische Impulse in diesem Plenum. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist eine dauerhafte und strukturelle Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulen, in der Aus- und Weiterbildung sowie im Außerschulischen und Freizeitlernen, so hat die hessische Umweltministerin Priska Hinz heute im Interview mit der Wetzlarer Neuen Zeitung. Meine Damen und Herren, eine solche strukturelle Verankerung würde man am besten Rechnung tragen, wenn es auch ein entsprechendes Curriculum für Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung gäbe, so wie es das Hessische Schulgesetz in § 6 Abs. 4 im Grunde seit 1997 vorsieht. Seitdem allerdings warten wir auf ein entsprechendes Curriculum. Ich will nur einmal sagen, das ist der Paragraf, der die besonderen Bildungs- und Erziehungsaufgaben hervorruft. Da gehört z. B. auch mit ein Ziel als Sexualerziehung dazu. Sie wissen, wir haben vor etwa drei Jahren hier diskutiert, weil es genau dafür, weil dieser Auftrag besteht im Schulgesetz, es nämlich einen eigenen Lehrplan gibt. Genau so etwas sollte man eigentlich auch, wenn man das Thema wichtig nimmt, für Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung haben. Darauf zielt der vorliegende Antrag. Ich will ausdrücklich sagen, es gibt eine ganze Reihe von Initiativen. Wir haben die Umweltschulen, wir haben hier und da Fortbildungsmaßnahmen. Es gibt auch auf kommunaler Ebene, zum Beispiel im Rheingau-Taunus-Kreis, schöne Projekte wie den Schülerwettbewerb, der jetzt, wo ich erfahren habe, leider nicht die nötigen Haushaltsmittel bekommt, um das wieder aufzulegen. Ich glaube, die CDU-Fraktion dort im Kreis, wo einige Kollegen angehören, wollen diese Haushaltsmittel wohl streichen. Das finde ich sehr bedauerlich. Jedenfalls unabhängig von diesen vereinzelten Initiativen, die es hier und dort gibt, ist es wichtig und sinnvoll, dass, wenn man die Bewegung, die es seit einiger Zeit gibt, Try this for Future und andere ernst nimmt und wirklich ernst nimmt, und nicht nur, wie der Kultusminister im Sommer dieses Jahres lapidar sagt, na ja, jetzt haben die Schüler ihr Ziel erreicht. Der Klimaschutz hat auf der politischen Bedeutungsskala einen Riesensatz nach oben gemacht und ist als zentrales Thema in Politik und Medien angekommen. Jetzt noch weiter die Schule. Der Schule fern zu bleiben, bringt nichts, wird der Kultusminister im Juli in der Zeitung die Zeit. Meine Damen und Herren, es ist einiges passiert politisch. Die Bundesregierung hat z.B. etwas auf den Weg gebracht. Aber wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen, im Bereich des hessischen Kultusministeriums, und gerade im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung ist leider seit Jahren überhaupt nichts passiert. Deswegen wollen wir mit diesem Antrag endlich einen Impuls geben, dass sich da etwas tut und wir auch hier mit dem entsprechenden Curriculum vorankommen, meine Damen und Herren. Ich will an dieser Stelle auch noch sagen, weil die Entwicklung eine gegenläufige ist. Derzeit erreichen uns viele Zuschriften aus dem Bereich der Erdkundelehrerinnen und Lehrer, weil die Sorge haben, dass wenn politische Bildung auch in der Oberstufe künftig verpflichtet wird, dass aber auf Kosten dessen der Bereich Erdkunde künftig gar nicht mehr stattfindet. In der Oberstufe, meine Damen und Herren, das fände ich wiederum sehr bedauerlich. Weil gerade der Bereich Erdkunde genau die zentralen politischen Themen, Nord-Süd-Konflikt, Umweltwanderung, überhaupt Verteilung von Ressourcen, all das in der Oberstufe behandelt wird. Da wäre es sehr bedauerlich, wenn künftig das nicht mehr angewählt wird. Da bin ich sehr gespannt. Herr Kultusminister, ich habe eine Anfrage gelaufen. Ich glaube, seit dem 15. Juli, wo ich Sie gefragt habe, wie Sie denn gedenken, damit umzugehen, weil es so wichtig ist, diese Themen künftig auch weiter zu behandeln, Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung, die in Erdkunde verankert sind, nicht zu schwächen, wie Sie damit gedenken, umzugehen. Vielleicht können Sie uns heute etwas dazu sagen. Ich halte es für sehr wichtig, dass künftig auch Erdkunde und diese Themen weiter in der Oberstufe geführt werden. Insofern hoffen wir, mit diesem Antrag endlich auch diese wichtigen Themen aus einem Nischendasein zu befreien und zu stärken, damit künftig einfach diese Bildungsinhalte auch wirklich in der Schule flächendeckend und überall und nicht nur an einzelnen Projektschulen verankert werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Degen. – Nächster Redner ist der Abg. Scholz für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die SPD-Fraktion widmet sich mit ihrem Antrag der Umweltbildung an hessischen Schulen. Leider wird schon auf den ersten Blick des Antrags klar, dass die SPD Umweltschutz und Klimaschutz unwissenschaftlich gleichsetzt. Das Klima kann man nicht schützen, die Umwelt schon, liebe SPD. Gleich zu Beginn betont die SPD, Umweltbildung sowie Bildung zur Nachhaltigkeit sei ein wenig und nicht beachtendes Nischenthema an hessischen Schulen. Das ist eine sehr fragwürdige Aussage, die ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen keineswegs teilen kann. Herr Degen, den Zusammenhang zwischen Sexualerziehung und Umweltschutz müssen Sie mir noch einmal erklären. Aber das können wir vielleicht einmal im Ausschuss diskutieren. Untersucht man nämlich die hessischen Lehrpläne z. B. für Sachkunde in der Grundschule sowie der weiterführenden Schulen in Biologie und Physik, dahingehend, stellt man fest, dass Klimawandel und Nachhaltigkeit, Schadstoffwirkungen sowie der Einsatz regenerativer Energieträger fachübergreifende Themenfelder sind. Viele verantwortungsvolle Lehrer vermitteln unseren Schülern bereits fächerübergreifend, dass Umweltschutz nicht bei der Politik anfängt, sondern bei jedem Einzelnen selbst, und sensibilisieren somit zu einem alltäglichen bewussten Umgang mit unseren Ressourcen. Einfach einmal mehr zu Fuß gehen, als sich von Mama in die Schule fahren lassen, sich aktiv für den Tierschutz und den Erhalt unserer Wälder einzusetzen, sich dem Verpackungswahnsinn zu widersetzen, indem man sich ganz altmodisch einen Apfel und ein Pausenbrot von zu Hause mitnimmt, statt sich mit Chipstüten und anderen verpackten Süßigkeiten am Kiosk zu versorgen. Gesünder wäre es ohnehin. Umweltschutz ist mehr als Klimaschutz. Man kann nicht früh genug damit anfangen, zu Beginn unseren Kindern den Umweltschutzgedanken näherzubringen. Viele Schulen lassen leider noch Möglichkeiten ungenutzt, unseren Kindern aktiv den Natur- und Umweltschutz näherzubringen, einen naturbezogenen Biologieunterricht raus in die Natur, statt Arbeitsplätze ausfüllen, wie z. B. den Schulgartenunterricht, den man an unseren Schulen kaum noch findet, in dem die Kinder ganz unmittelbar und praktisch Natur erleben, erforschen, mitgestalten und schützen lernen. Hier steckt also noch ein großes Potenzial für den frühzeitigen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt. Daher halten wir ein landesweites Konzept, welches unseren Schülern Jahrgangs- und fachübergreifend einen vernünftigen und verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt an Schulen vermittelt, für sehr sinnvoll und möchten dabei unterstützen. Der vorliegende Antrag der SPD ist jedoch lediglich eine reine Aufzählung von bisherigen Unterlassungen in Bezug auf Umweltbildung in den Schulen. Meines Wissens hat die SPD in den letzten Jahren ebenfalls keinerlei Anstrengungen unternommen, in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit an unseren Schulen Akzente zu setzen. Der hier vorliegende Antrag der SPD enthält wiederum keinerlei Lösungsansätze. Darum scheint es Ihnen hier auch nicht zu gehen. In der Überschrift z. B. die Aussage, Schülerdemos nicht abwerten zu wollen, impliziert das weitere Guth heißen der Fridays-for-Future-Bewegung, die sich mittlerweile von einer Graswurzelbewegung zu einem Vehikel liegsextremer Gruppierungen entwickelt hat. Eine Bewegung, die jugendliche Sinnsuche knallhartnis braucht, um politische Forderungen der 68er-Bewegung im Mantel des Umweltschutzes umzusetzen. Eine Weltuntergangsstimmung wird von Klimalobbyisten sowie linken und grünen Politikern geschürt, damit nicht sie es sind, sondern unsere Jugend, die ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele durchsetzt. Das ist an Perfedität kaum zu überbieten. Die SPD ist ganz vorne mit dabei. Bloß keine Wählerstimmen gerade bei den Jugendverprellen. Verstehen kann man das. Die Wähler und Mitglieder laufen Ihnen jetzt in Schaden davon. Aber was passiert aktuell? Unsere Kinder werden mit ideologisch getränkten Halbwissen und unbewiesenen Behauptungen in Panik versetzt. Hier sind unsere Schulen klar in der Pflicht. Sie sind in manchen Ländern schon einstellig. Mehr will ich dazu nicht sagen. Unsere Schüler mit einem notwendigen fachlichen Grundwissen auszustatten, bevor man sie ins kalte Wasser wirft und sie uninformiert auf die Straße schickt. Aufgabe der Schule darf es nicht sein, bestimmte politische Richtungen bzw. Ideologien durch Unterrichtsbefreiung zu unterstützen. Auch hier fehlt eine klare Stellungnahme der SPD. Der Antrag wäre hier auch eine Gelegenheit gewesen. Herr Kollege, Sie müssten jetzt zum Ende kommen. Aus diesem Grunde halten wir eine Landesregierung mit einem grünen Koalitionspartner wenig geeignet, ein ideologiefreies Curriculum für Umweltbildung und Nachhaltigkeit für Hessen auf die Beine zu stellen. Hier wäre allerdings nicht nur die Landesregierung gefordert, sondern alle hier im Landtag vertretenen Parteien. Vielleicht finden wir ein gemeinsames Gremium, welches sich diesem Thema Umweltbildung annimmt. Umweltschutz geht uns alle an, aber den vorliegenden Antrag lehnen wir als nicht zielführend ab. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. – Nächster Redner ist der Abg. Feilmann für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD, Sie versuchen mit Ihrem Antrag wieder einmal, ganz nach dem weihnachtlichen Motto, alle Jahre wieder, aber es ist eigentlich monatlich, und diesmal anhand des Themas Klimaschutz, die März zu verbreiten, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen wieder einmal ein wichtiges Thema nicht annimmt und sich weigert, entsprechend zu handeln. Nun, das ist die Handlungsweise, wenn man erkennt, dass auch andere als man selbst durchaus sinnvolle Arbeit leisten, und man selbst nun versuchen muss, auch noch ein Stück vom großen Kuchen abzubekommen. Ich denke allerdings, unter Ihrem Weihnachtsbaum werden ziemlich kleine Plätzchen liegen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und DIE LINKE – Zurufe AfD Meine Damen und Herren, nicht erst seit Fridays for Future haben wir das Thema Klimaschutz auf dem Schirm. Bevor ich darauf jedoch noch näher eingehe, lassen Sie mich bitte einige wenige Worte zur Initiative Fridays for Future sagen. Die Startinitiative von jungen Menschen anstelle von Unterrichtsbesuch zu Demonstrationen für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen, war sicherlich eine absolut geeignete Maßnahme, um auf die Bedeutung der Sache aufmerksam zu machen. Dieses Ziel wurde auch erreicht. Das Engagement junger Menschen für eine derart bedeutende Angelegenheit ist auf jeden Fall zu begrüßen. Demokratie lebt davon, dass sich Bürger aktiv in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Politisches und gesellschaftliches Engagement darf allerdings nicht dazu führen, dass gegen Gesetze verstoßen wird. Das Schulgesetz ist nun einmal auch hinsichtlich der Schulpflicht eine verbindliche Norm, und dass dadurch schulische Lernziele möglicherweise vernachlässigt werden. Unter dem Vorrang politischer Beteiligung darf kein Freibrief für das Schwänzen der Schule entstehen. Dies würde auch den Zielen derjenigen, die sich ernsthaft für ein Ziel einsetzen, völlig entgegenlaufen, denn es würde dazu führen, dass man sie nicht mehr ernst nimmt. Es ist sehr problematisch, wenn Politiker und Journalisten die fortgesetzte Verletzung der Schulpflicht bejubeln. Die Schulpflicht ist nun einmal geltendes Recht. Den Schülern wird dann der Eindruck vermittelt, und sie könnten sich über das Gesetz stellen, wenn sie meinen, dass ihr jeweiliges Anliegen dies rechtfertige. Der Klimaschutz ist für uns alle eine große Verpflichtung und kann im Unterricht in den unterschiedlichsten Fächern auf vielfache Art und Weise behandelt werden. Auch können Projekte zu diesem Thema initiiert werden, und dies auch fächerübergreifend. Doch zurück zu dem, was bereits auf diesem Feld geschieht. Die Hessische Landesregierung hat beispielsweise bereits im März 2017 den integrierten Klimaschutzplan 2025 beschlossen, mit der drastischen Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Der Klimaschutzplan unterlegt seine Ziele dann mit 140 konkreten Maßnahmen, die alle relevanten Handlungsfelder abdecken, Landwirtschaft, Wirtschaft, Energiesektor, Verkehr, Gebäude und Gesundheit. Alles auch Bestandteile für aktiven Schutz des Klimas. Klimaschutz ist also schon vor Fridays for Future weit oben auf der politischen Agenda angekommen und ein zentrales Thema in Politik und Medien geworden. Auf allen politischen Ebenen finden dazu ein Diskurs statt. Selbstverständlich will ich mit meinen Aussagen jetzt nicht darauf abheben, dass bereits alle klimapolitischen Ziele in Angriff genommen oder gar erreicht seien. Dass hier noch viel zu tun ist, ist breiter gesellschaftlicher Konsens. Schauen wir noch einmal auf unsere, die hessische Schullandschaft. Erst im November vergangenen Jahres sind die hessischen Umweltschulen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen UNESCO-Kommission als hervorragende Bildungsinitiative für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet worden. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem, ich zitiere, die hessischen Umweltschulen tragen dazu bei, Nachhaltigkeit besser in der deutschen Bildungslandschaft zu verankern. Das Projekt setzte sich dafür ein, den Fokus qualitativ immer stärker von reiner Umweltbildung hin zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu verschieben, so etwa in den Unterrichtseinheiten zu Biodiversität und Naturschutz. Organisatorische Maßnahmen innerhalb des Ministeriums und Ergänzung der Lehrerausbildung kompletieren die Bemühungen, der Wichtigkeit von Umweltbildung gerecht zu werden. Ich empfehle Ihnen, die Seite 12 der HNA vom 19.11. dieses Jahres – einer beim besten Willen sicherlich nicht im Ruf großer CDU-Nächste in der Zeitung – genau zu studieren. Dort werden eine Fülle von Maßnahmen und Initiativen von Schulen aufgeführt, die sich mit Umwelt- und Klimaschutz nachhaltig beschäftigen. Es würde jetzt meine Redezeit überstrapazieren, diese alle aufzuzählen. Es wird aber daraus, und aus meinen Ausführungen deutlich, Umwelt- und Klimaschutz ist für die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen kein neues Thema und wird sehr ernsthaft betrieben. Die Bewegung Fridays for Future wird nicht klein gemacht, sondern gerade hinsichtlich ihrer Intention, auf die berechtigten Forderungen nach Sicherung ihrer Zukunft aufmerksam zu machen, hoch geschätzt. Ich denke, junge Menschen müssen nicht mehr gezwungen werden, freitags während der Schulzeit zu demonstrieren. Einen Konflikt zwischen Klimaschutz und Bildung herauszuarbeiten, ist nicht nur unnötig, er schadet beiden, der Bildung und dem Klimaschutz. Vielen Dank. Danke schön, Kollege Feilmann. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Elisabeth Kula. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag von der SPD befasst sich mit zwei sehr aktuellen Themen. Zum einen werden die Schülerdemos rund um Fridays for Future angesprochen, zum anderen Umweltbildung und Nachhaltigkeit als Unterrichtsinhalt. Die Vereinten Nationen hatten für die Jahre 2005 bis 2014 die Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgerufen. Ein zentrales Ziel war, Nachhaltigkeit auch in allen Bildungsbereichen mitzudenken und zu integrieren. Zehn Jahre lang sind verschiedene Projekte und Forschungsvorhaben rund um den Klimawandel, Umweltzerstörung und Verbraucherbildung unterstützt worden. Zu einem politischen Umdenken hat dies aber leider nicht geführt. Erst durch die von Greta Thunberg ins Leben gerufene Schülerstreiks haben die Klimakrise zurück in das Bewusstsein vieler Menschen gerufen. Mit den bunten und kreativen Streiks an Freitagen konnte die Politik auch in Deutschland in Zugzwang gebracht werden. Gut so, meine Damen und Herren. Das Klimapaket der Bundesregierung allerdings stellt keine passende Antwort auf die Klimakrise und den notwendigen sozial-ökologischen Umbau dar. Es ist höchst unsozial und wird keinen Beitrag dazu leisten, unsere Klimaziele zu erreichen. Es ist ein weiterer Grund, für die Schülerinnen und Schüler am Ball zu bleiben und weiter Druck zu machen. Immer wieder war von Kritikern der Bewegung zu hören, so auch gerade eben, die Kinder und Jugendlichen sollten lieber zur Schule gehen, um etwas zu lernen. Auch Kultusminister Lorz möchte das Thema lieber im Unterricht behandeln. Ich darf zitieren, Herr Präsident. Wir haben den Schulen gesagt, bleibt gelassen, geht pädagogisch mit den Streiks um. Das wäre begleitend zu den Demonstrationen natürlich durchaus wünschenswert. Das Problem an hessischen Schulen kommt Nachhaltigkeit und Umweltbildung viel zu kurz. Schaut man auf die Homepage des Kultusministeriums nach, muss man sich ganz schön durchklicken, um das Thema überhaupt erst einmal zu finden. Zunächst klickt man auf Förderangebote, dann auf Schule und Gesundheit, dann auf weitere Schwerpunkte, um überhaupt einen Reiter mit der Überschrift Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umwelt zu finden. Ungefähr diesen Stellenwert nimmt das Thema dann auch im schulischen Alltag ein. Offiziell sind Bildung, nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung ein Leitmotiv für die Zertifikate des Programms Schule und Gesundheit der Landesregierung. Als hessische Nachhaltigkeitsstrategie wird schließlich bezeichnet, dass bestimmte Schulen, die viel Engagement beim Thema Umweltbildung zeigen, als sogenannte Umweltschulen ausgezeichnet werden. Weitere Auszeichnungsmöglichkeiten sind Schulen des Schuljahres der Nachhaltigkeit, UNESCO-Schulen, Fairtrade-Schulen, Eine-Welt-Schulen und Grenzenlos-Schulen. Dieses Netzwerk umfasst derzeit 240 Schulen aller Schulformen. Alle möglichen Preise verteilen, das kann die Landesregierung gut, das bringt aber nicht mehr Umweltbildung an die Schulen, sehr geehrte Damen und Herren. Statt Projekte brauchen wir eine verbindliche Einbindung des Themas in den Unterricht. Ob das mit einem eigenen Kerncurriculum, wie die SPD das jetzt fordert, am besten zu lösen ist, möchte ich bezweifeln. Aber beispielsweise eine projektorientierte und fächerübergreifende verbindliche Beschäftigung mit dem Thema Mittel- und Oberstufe wäre denkbar. Ich hätte da aber eigentlich noch eine ganz konkrete Idee, Herr Kultusminister. Warum machen Umwelt- und Kultusministerium nicht gemeinsam eine Plakatkampagne, die an allen Schulen ungefragt zugeschickt wird, in der es um die pädagogische Aufbereitung der Fridays-for-Future-Demonstrationen geht? Kleiner Tipp. Einen Umweltaktivisten erkennt man an Birkenstocklatschen, Greta Thunberg-T-Shirts und daran, dass er einen Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß und Klimawandel herstellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. – Nächster Redner für die Fraktion DIE GRÜNEN ist der Kollege Frank Diefenbach. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kula und auch Herr Degen, was doch richtig an hessischen Schulen zum Thema Umweltbildung alles abläuft und zum Thema Bildung für Nachhaltigkeit, ist offenbar nicht restlos bekannt. Der Antrag der SPD thematisiert mit der Frage nach der Umweltbildung einen sehr wichtigen Bereich. Allerdings ist der Antrag inhaltlich unnötig, da wir in Hessen in Sachen Umweltbildung und Bildung für Nachhaltigkeit auf einem sehr guten Weg sind, und zwar im Bereich der schulischen Bildung und auch bei der Vernetzung von Schulen mit außerschulischen Akteuren. Was ich gerne an drei Beispielen deutlich machen würde, zunächst einmal an dem Themenbereich, der auch im Koalitionsvertrag seinen Niederschlag gefunden hat, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es gab vor einigen Tagen eine Pressemitteilung des HKM und des Umweltministeriums, in der auf drei hessische Projekte hingewiesen wurden, die jetzt vom Bundesbildungsministerium und von der UNESCO ausgezeichnet wurden, für ihre Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung und für die Bildung in diesem Bereich, die 202 hessischen Umweltschulen, die neun bestehenden regionalen Netzwerke für Bildung für nachhaltige Entwicklung und auch das sogenannte Multiplikatorennetzwerk aus dem Schuljahr der Nachhaltigkeit. Jetzt zur Frage, wie der wichtige Aufgabenbereich der Umweltbildung als Querschnittsaufgabe in den bestehenden Kerncurricular der Fächer schon realisiert wird. Auf das Fach Erdkunde, übrigens auch in der Mittelstufe, möchte ich jetzt nicht eingehen. Denn da ist wahrscheinlich jedem, ohne großartig nachgucken zu müssen, klar, dass dieses Fach per se von seiner Anlage her einen Dauerbeitrag zu dieser Thematik leistet. Ich gehe auf drei ganz unterschiedliche Schultypen und Fächer ein, um den Querschnittscharakter zu charakterisieren. Zunächst einmal auf die Biologie in der Hauptschule. Hier heißt es beispielsweise im Kerncuriculum unter dem Stichwort Wechselwirkungen in Ökosystemen, globale Betrachtungen ökologischer Beziehungen und Gefährdung durch Eingriffe des Menschen. Das war ein Zitat. Diese Dinge werden hier thematisiert. Das Nächste ist das Beispiel Kunst aus der Realschule. Hier heißt es, Zitat, Wahrnehmung der Umwelt, Doppelpunkt. Die Welt ist Lebensumwelt. Sie ist Gegenstand der Entdeckerfreude und Gegenstand der Sorge. Zitat Ende. Jetzt zum Schluss ein Beispiel aus dem Gymnasium, aus der Jahrgangsstufe 11, der Einführungsphase, aus dem Fach Politik und Wirtschaft. Hier wird verbindlich für alle Besucher der gymnasialen Oberstufe in einem ganzen Halbjahr das Thema unterrichtet mit dem Titel Wachstum und Lebensqualität in marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften. Darin heißt es dann thematisch, Zitat, ökologische Herausforderungen der Gegenwart, Möglichkeiten und Schwierigkeiten von Umweltpolitik in politischen Mehrebenensystemen, Umweltpolitik in der politischen Auseinandersetzung. Der Verbraucher entscheidet aber, wie. Das waren Themenstichpunkte. Ein ganzes Halbjahr verpflichtend für alle Schüler in der gymnasialen Oberstufe. Das sind nur drei Beispiele, die den Querschnittscharakter deutlich machen. Darüber habe ich auf Fechter wie Physik und Chemie verzichtet, wo das auch sehr deutlich wird. Zum Dritten noch zur Fridays-for-Future-Bewegung. Jeder Lehrer oder Lehrerin, bei der im Unterricht Schüler fehlen, muss das in Kurslisten und Klassenbüchern zunächst einmal vermerken, völlig unabhängig vom Grund des Fehlens, also auch freitags. Das ist natürlich vollkommen klar. Diese Dinge werden allein schon deshalb erfasst. Das tun zu müssen, ist aber auch überhaupt kein Widerspruch dazu, sich von unserer grünen Seite vollkommen klar, völlig eindeutig mit den inhaltlichen Punkten der Fridays-for-Future-Bewegung zu solidarisieren. Wir als grüne Fraktion unterstützen diese Bewegung inhaltlich. Wir verstehen, dass diese jungen Menschen politischen Druck auf die politischen Institutionen aufbauen wollen. Das ist aus Ihrer Sicht völlig legitim. Das ist auch im Sinne eines pluralistischen Diskurses über dieses Thema absolut zuträglich. Ich fasse zusammen. Wir sind in Hessen in Sachen Umweltbildung auf einem guten Weg. Wir unterstützen die inhaltlichen Anliegen der Klimaaktivistinnen in verschiedensten außerparlamentarischen Gruppen. Und wir begreifen diese Unterstützung als wesentlichen Beitrag im kampfgebenden Klimawandel und seine Auswirkungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben in dieser Woche schon über Umwelt- und Klimapolitik diskutiert. Natürlich gehört die Umweltpolitik in die hessischen Schulen. Die Themen Umwelt und Klima sind in vielfältiger Weise Gegenstand des Schulunterrichts. Wir haben in Hessen viele Schulen, die sich bereits als Umweltschule zertifiziert haben lassen. An diesem Programm können Schulen aller Schulformen teilnehmen. Die Ausschreibung ermöglicht jeder Schule, mit konkreten Zielen und ausgewählten Handlungsbereichen Umweltbildung in den Schulalltag zu integrieren. Sie sind aber alle eingeladen, das zu tun. Doch entscheidend ist in dem Zusammenhang die Frage, was eigentlich Umweltbildung im Kern ist und was damit erreicht werden soll. Wir Freien Demokraten glauben an die Freiheit, und wir glauben daran, dass junge Menschen zum Selbstdenken erzogen werden sollen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, ihre eigene Meinung zu bilden. Für uns ist klar, dass naturwissenschaftliche Fächer auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse die Voraussetzung für eine gute Umweltbildung sind, etwa Biologie. Wer verstehen will, welche Rolle CO2 spielt, wo sie herkommen, und dass es ohne CO2 kein Leben auf der Erde geben würde, der muss etwas über die Photosynthese der Pflanzen lernen. Wie wichtig die Artenvielfalt ist und was wir tun können, um Natur, Tiere und Pflanzen zu schützen, braucht ein gutes biologisches Erkenntnisgerüst, aber natürlich auch Chemie. Die Umwandlung von Stoffen, Energiegewinnung, Energieverlust, Zustand des Bodens, der Luft, gesunde Lebensmittel, all das setzt gute Kenntnisse der Chemie voraus. Aber, Herr Kollege, nicht zuletzt ist die Physik äußerst entscheidend. Das aus Ihrem Mund, Herr Kollege Müller. Das freut mich. Wer gute Umweltpolitik will, die darauf zielt, unseren Kindern zu ermöglichen, Natur und Umwelt und die natürlichen Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, der sollte die naturwissenschaftlichen Fächer auch stärken. Was Umweltbildung nicht sein darf, ist politische Einflussnahme. Die Neutralität der Schule muss gewahrt bleiben. Wir wollen junge Menschen ausbilden, die als Ingenieure, Entwickler und Forscher vielleicht selbst einmal dazu beitragen, dass wir durch kluge Ideen und Technologien Klima, Umwelt und Natur schützen und erhalten. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege, herzlichen Dank für den wissenschaftlichen Austausch mit dem Kollegen Müller. Das hat die Debatte sehr belebt. – Vielen herzlichen Dank. – Ich darf jetzt dem Kultusminister das Wort geben. Bitte schön, Herr Staatsminister Prof. Lorz. Da wird es jetzt ohne Zweifel schwierig, da noch einen draufzusetzen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, auch im Sinne der unmittelbaren und mittelbaren Lebensumwelt der Schülerinnen und Schüler, hat im Kontext von Schule auch für die Hessische Landesregierung eine große Bedeutung. Ohne die Beachtung der natürlichen Grenzen der Umweltnutzung und ihrer Gestaltung durch den Menschen – das wissen wir alle – ist langfristig die Basis eines gesunden Lebens nicht mehr vorhanden. Deswegen gehört es auch zum Grundkonzept einer gesundheitsfördernden Schule, die Gesundheit und das Wohlergehen von Menschen in anderen Teilen der Welt ebenso wie das von zukünftigen Generationen mitzudenken. Das Hessische Kultusministerium begreift dementsprechend die Umwelt- und Klimabildung als Teil der besonderen Bildungs- und Erziehungsaufgaben. Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umwelt – das, was man mit dem Kürzel BNE bezeichnet – befähigt Menschen dazu, die Wirkungen ihres eigenen Handels auf zukünftige Generationen und andere Weltregionen zu verstehen und in einer komplexen Welt verantwortungsvoll zu handeln. Dabei geht es übrigens – das will ich nur am Rande bemerken – nicht nur um ökologische, ökonomische und soziale Inhalte, sondern vor allem auch um die Vermittlung von Werten und Kompetenzen, die uns befähigen, die Welt im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu gestalten. Wenn nach dem Austausch von eben der Kollege Müller das in besonderer Weise beklatscht, fühle ich mich auch in besonderer Weise geehrt. – Vielen Dank. Die Leitlinien dieses Bildungskonzepts umfassen die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, sozial- und umweltverträgliche Formen des Wirtschaftens, Arbeitens und Lebens, aber auch die Überwindung der Armut, die Teilhabe der Menschen an demokratischen Entscheidungsprozessen und die Möglichkeit zur eigenen Lebensgestaltung. Kurz gesagt steht Bildung für nachhaltige Entwicklung, für eine umfassende Umweltbildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln auch zu einer Auseinandersetzung mit den Folgen des eigenen Handelns befähigt – für jetzt und für später, für den Handelnden selbst wie für Menschen in anderen Teilen der Welt. Jetzt die Frage, nach der mir bisher wahrscheinlich niemand widersprechen wird. Wie machen wir das? Das ist eine konzeptionelle Frage, und sie zielt im Kern auf die Alternative, die wir auch aus anderen Bereichen kennen, eigenes Unterrichtsfach, eigene Curricula oder fächerübergreifender Ansatz. Das kennen wir aus vielen Bereichen. Das ist natürlich immer die schnellste und einfachste Lösung, zu sagen, da ist etwas wichtig. Das ist ungestritten. Also brauchen wir ein eigenes Unterrichtsfach, oder wir brauchen dafür eigene Curricula. Ich glaube nicht, dass das in diesem Fall der Königsweg ist. Ich glaube, der beste Weg ist ein fächerübergreifender Ansatz, der das als Querschnittaufgabe versteht. Nur dann kann man nämlich dieses Kästchendenken überwinden, das natürlich in der Gliederung nach Fächern angelegt ist. Aber man kann Schule ja auch nicht völlig ohne diese Gliederung nach Fächern betreiben. Aber die Gefahr besteht darin, wenn man das auf ein einzelnes Fach oder ein einzelnes Curriculum reduzieren würde, dass man es dann zwar in einem vorgegebenen Zeitfenster entsprechend behandelt, aber für den Rest der Zeit ad acta lebt. Ich halte es für wichtig, dass wir das als eine Aufgabe aller Fächer verstehen. Ich bin sehr dankbar. Ich hatte mir auch einige Beispiele aufgeschrieben, natürlich aus der Naturwissenschaften, aber auch aus anderen Fächern. Aber ich bin sehr dankbar. Der Kollege Diefenbach hat das alles schon so wunderbar dargelegt mit so schönen Beispielen. Das steckt schon an so vielen Orten in unserem Curricular. Das kann man immer noch weiter ausbauen und optimieren. Aber das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg, und es ist auch etwas geschehen. Für genauso wesentlich wie diese Curricularenverankerungen halte ich den weiteren Ausbau der Unterstützungsstrukturen draußen im Feld für die Etablierung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich bin sehr dankbar. Das erleichtert mir auch wieder auf einige Passagen der Rede, die ich mir vorausgedacht habe, zu verzichten. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Umweltschulen hier in besonderer Weise gewürdigt worden sind, weil die sich wirklich dadurch auszeichnen, dass sie diese Vorhaben in Unterricht und Curriculum, aber auch in Schulleben und Schulkultur integrieren und durch die Beteiligung, durch die aktive Einbindung der Schülerinnen und Schüler sich Schritt für Schritt im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens weiterentwickeln können. Das ist deswegen so wichtig, weil Umweltbildung nicht nur als Stoff behandelt wird, sondern dass es gelebt wird. Das, glaube ich, dringt am meisten in das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler ein. Wir wollen auch unsere Umweltbildungszentren nicht vergessen. Ich möchte so etwas wie auch unser Netzwerk Hessische Schulgärten erwähnen. All das zeigt, dass wir im Bereich der Umweltbildung schon jetzt breit aufgestellt sind. Vor allen Dingen möchte ich noch einmal unseren integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 ansprechen. Er enthält neben allem anderen, was zum Klimaschutz dazugehört, eine ganze Menge Maßnahmen im Bereich der Klimabildung, die bereits greifen und an hessischen Schulen die Klimabildung unterstützen. Das sind Lernwerkstätten zur Klimabildung an weiterführenden Schulen. Das sind Module Mensch, Klima und Zukunft für die Primarstufe. Das sind schulische Exkursionen zu landwirtschaftlichen Betrieben unter dem speziellen Fokus des Klimaschutzes. Das ist ein Klimabildungsportal, das das Hessische Umweltministerium jüngstens online gestellt hat, auf dem sich für die Lehrkräfte und für Erzieherinnen und Erzieher Unterstützungsangebote, Informationen und Materialien rund um die Klimabildung finden. Liebe Frau Kollegin Kula, das ist übrigens nur eines von vielen Beispielen, wie enge hessische Ministerien bereits im Bereich der Nachhaltigkeit zusammenarbeiten. Deswegen lohnt es sich auch weiterhin, freitags zur Schule zu gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Lorz. – Weitere Wortmeldungen gibt es nicht. Ich gehe davon aus, dass wir den Antrag an den KPA weiterverweisen. Das ist der Fall. Der Sportticker sagt uns, dass die Eintracht kurzzeitig in Rückstand geraten ist, aber jetzt dabei ist fulminant, wieder aufzuholen und die Dinge doch noch in den letzten Minuten regeln.